Okay wir sind in die Ecke gedrängt zwei Losses haben guten Tempel auf der Hand mit Infiltrator Schaunig hoffe dass einmal Schreine zusammenkommen ich sehe mich schon ich sehe mich schon wieder bei Peck und Pick von dem nächsten Draft habe ich zu viele Lands im Deck? Ich glaube ich hätte auch 16 Lands spielen können mhm das ist gut into life von mir aus Stirb einfach Rotex und Milleroni ne war nicht so schlecht jetzt muss er ein Land suchen perfekt immerhin das immerhin das kann man beiden angreifen wenn der Bock hat schocken hier und zu stumm oh Dockside ähm greifen hier an ne zieren den rein ich schicken den zurück ich schicken den zurück mhm ja Dockside Chef why not dann können wir dagegen noch mal ein Milch für eins das nach die Karten auch wenn er noch kein Bloss Mana hat kein Bloss Mana hat war gut dass die weg ist jetzt so können wir Infiltrator spielen und pumpen gegebenenfalls gut oder auch nicht schlecht mhm ich gehe noch 3 Damage rein damit kann ich aber leben schlimmsten Fall mhm 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 Was kann er machen? Schauen wir mal ob er wenn er einfach Weakle-Control-Attacks... Achso nicht nur wenn er Weakle-Control Okay sowas. Ich dachte wenn der dafür getappt wird Mhm Hier und hier Oh das ist der Draw Attack Pomp Hatte auch hier angreifen können Fällt mir grad auf Ein Infiltrator Okay Oh das war ein guter Guter Mill wieder mal Das Problem ist Mill 1 ist halt viel zu langsam Also wenn man zwei Schreine hat, okay Mill 2 Das ist schon ziemlich sexy Und mit drei Schreine ist das natürlich super famos Okay Draw Card wär das ne Treff mich an Mhm Das Wickel können wir rausnehmen Und können wir den auch nochmal nehmen Dann machen wir das Dann machen wir das Not bad Mill 1 Auch ein guter Mill Spirid Companion ist in Ordnung Ein Mod ist auch Fein Ja, fein ist es nicht Aber ist okay Hier ist mein Live Linker der gut sein kann Ich hoffe die Motte greift an Greift mit allen an Perfekt Den kann man an Okay Verstehe ich nicht warum man das so macht Aber Be my guest Ich nehme noch einen noch einen Ich nehme noch einen playing Ich nehme noch einen ENE Hier Eine Frage Ich nehme noch helpless schützt zine kartus im deal bei mir treten können es auch die wiesern joe redet aber künstlich kerst sind schade Ich glaube, ich spiele die Querte trotzdem. Okay. Die drei Leben waren nicht so unwichtig. Okay, die Mills, da kann ich mir gerade echt nicht aufregen. Das läuft gerade echt ziemlich gut. You're already dead könnte auch fein sein. Ja, endlich geht er für blau. Wo ist meine anderen Schreine? Die werden so gut gerade. Vor allem der Schwarze. Ich könnte da so viel von ihnen raus knocken. Das wäre nicht mehr feierlich. Ich blockiere, wenn er den jetzt zerstört, ist das natürlich super. Macht aber nicht anscheinend. So, Long Reach of Night. Ich schaffe mir hier einfach an. Oder schnappen wir uns den Lifelink. Ich denke, wir schnappen uns den Lifelink und greifen hier trotzdem an. Machen ihn Blocks für ihn ein bisschen unkomfortabler. Und wenn wir Kreaturen in seinen Friedhof kriegen, bin ich damit auch d'accord. Wir haben ja diesen Five Drop noch. Oder Six Drop, der einen Ninja zurückholen kann. Hol' ich meinen Flyer. Ja. Hey, ich eins. Ja. Ja, Land. Wurde auch mal Zeit. Das wäre ich gerade schon angepisst an der Stelle vom Gegner. Aber wir sind trotzdem keine allzu schlimmen Positionen. Greif' nicht mal an. Gibt mir einen Opfer der Nikatour. Sehr schön. Und wir spielen einfach Land. Can go. Und keine Eile. Millen wieder Vereins. Land, okay. Mal ein guter Milch für ihn. So, wie stark ist denn eins, zwei, drei. Okay. Aber die Krabbe können wir ausknocken. Ist kein Weltuntergang. Nee, nur Menace. Nee, nur Menace. Auto-Pay. Land, leider. Das hätte ich ihn lieber ziehen lassen, bin ich ehrlich. Attack. Dockside-Chef. In my turn. You're already dead. Yes. One Resolve. Auto-Pay. To a card. Auch gut. On my turn. One. store. Erdopft nur Äh, Nwhin, Mith. Schreie,ões. aber nur ein Schreiner fällt. Lul!